Wir haben heute den 2. Dezember und schauen wir mal, was wir heute lasten. Heute machen wir einen Cracker. Ja, falls ihr nicht wisst, was ein Cracker ist, so habe ich nämlich erst geguckt. Es ist nichts anderes als ein Bonbon quasi, was wir jetzt hier einwickeln und etwas dekorieren. Also es sieht so ähnlich aus wie ein Adventskalender, nur dass es mit ganz wenigen Wickeln selber gemacht ist. Ihr braucht nämlich einfach nur eine Toilettenpapierrolle. Ihr könnt natürlich auch eine Zählbarrolle nehmen, die ist dann etwas größer, je nachdem, was ihr zu verschenken habt. Ich nehme dann noch ein bisschen Washi-Tap. Ihr könnt hier ein Geschenkband nehmen oder ein Stoffband. Dann habe ich dafür Sticker gemacht. Einen Stickerbogen, den findet ihr natürlich auch bei uns im Shop, heißt Center is Coming. Ihr könnt aber natürlich auch jeden anderen Stickerbogen oder jeder andere Sticker verwenden. Oder es nach euren Wünschen dekorieren. Und ein Stück Packpapier habe ich hier. Ja, das benötige ich jetzt. Ich habe jetzt natürlich nichts zu machen. Ich zeige euch aber einfach, wie es geht. Ihr könnt dann natürlich was reinpacken und dann zumachen. Ja, ich nehme die Toilettenpapierrolle, wickel das Ganze ein. Und dann mache ich das hier hinten, so, dass das ein bisschen abgeht. Und knüpple das hier so ein. Dann nehmen wir das Washi-Tap. Ich nehme mal ein bisschen mehr, weil die Idee dahinter ist, jetzt das Ganze so zu verknuddeln. Das mache ich nämlich jetzt hier mal. Ich möchte das nämlich binden, aber ich wollte das schöne Washi-Tape benutzen einfach. Und mache jetzt hier so eine kleine Schleife. Also ihr seht, wie vielfältig Washi-Tape zu benutzen ist. Na, so viel ziehen dürft ihr nicht. So, funktioniert aber noch. Und hier machen wir es dann noch mal. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen länger. So, jetzt habe ich hier ein Band. Aber ihr habt ja gesehen, man darf nicht zu sehr ziehen. Und so reißt das natürlich. Es ist ja Reispapier. Also. Ein bisschen vorsichtiger. Und auch hier eine Schleiferei. So, jetzt könnte ich sogar noch ein bisschen abschneiden. Und hier habe ich so ein Geschenk-Aufkleber dafür. Kann man dann drauf schreiben. Das mache ich hier einfach mal mit mal drauf. Und dann klebe ich noch ein paar Sticker von hier oben. Diese Sticker passen übrigens auch in euren Planer. Ich nehme genau die Größe dafür. Also die könnt ihr auch für alles andere verwenden. Also weder müsst ihr die hier nur für den Cracker verwenden, noch könnt ihr die nur für den Planer verwenden. Ihr seht ja, das ist ganz, ganz vielfältig, was man da alles so machen kann. Einfach schön dekorieren. Und schon hat man ein kleines Geschenk fertig. Was ich ganz einfach herstellen will. Ja, das nehme ich hier so einen Tittenroller. Das kommt hier ganz schön. Und schreibt dann einfach drauf, für, von, und da kommt der Name dahinter. Ich weiß noch nicht, für wen das sagen wir. Aber ich weiß, dass es von mir sein wird. Also, hier der Cracker, einmal komplett fertig. Und ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Und ihr habt Spaß dran. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Habe ich im letzten Video vergessen zu erwähnen. Also abonniert unseren Kanal. Und ihr bekommt jeden Tag eine E-Mail mit einem neuen Adventskalender-Türchen.